Servus Leute und willkommen zu einem zweiten Video von MV3 Yo, diesmal mit der guten alten ACR, das letzte mal hab ich ja die gute AK47 gespielt und wir haben ein richtiges Bop-Team hier am Start und ja mal gucken was wir hier so machen können Na, haben wir uns versteckt Hatte ich schaffe, dass wir die Granaten so lange brauchen zum explodieren und du dann immer noch rein rennst, obwohl du denkst die Granate schon explodiert Aber nein, so ist es nicht Machen wir erstmal Predator Drohner Ich glaube ein Bullshit Hey Leute, wo hab ich denn assiste? Okay Ey nice one, wie die ausziehen Übernimm mal, obwohl du schon dort bist Alter, was war denn das jetzt für eine Aktion Alter, was war denn das jetzt für eine Aktion Entschuldigung, wenn ich jetzt sorry meine ich Alter Kann nicht sein Sorry wenn ich jetzt so leicht bin Oder jetzt Gar nichts sage Ähm Jo Voll krass am Da Das Nice one for the Da kann ich jetzt nichts machen Aber nehmen wir ihn mal hier Die Tiefflieger Und mal gucken, was wir hier reißen können So, oh, die Runde ist ganz schön kurz Aber Ich werde jetzt nicht Ich habe jetzt nicht gesehen, die Gegner, aber Wenn die halt jetzt nicht so Derbe Druck aufbauen, da ist halt die Runde halt nicht so lang Und das sieht die auch nicht Oh, das sind ein paar gequittet oder was Okay, da spielt einer mit Blitzcream Ich nenne das auch keine Ahnung Jo Das war geil, dass die Blitzcream spielen, die Gegner-Team Tatsächlich spielen irgendwie sauviel mit Blitzcream Alter, das streckt mich nicht Jo, das war Eine sehr kurze Folge Ich tue noch ein Video rein Oder ein Video, eine Runde dazu Dass das Video so ein bisschen länger ist Und da sehen wir uns gleich wieder Und da sind wir auch schon wieder Auf der List Net Frankreich Ne, Spaß, weiß die nicht, aber Ich weiß nicht, wie die heißt Ich bin Ach, ne, komm, wir spielen die Ne, oder? Komm, wir spielen mal kurz Die AK-47 Alter, die waschen hier wie bald Leute, was ist das für eine Lobby? Ich hab nicht die Lobby gewechselt, ne? Will ich jetzt nur mal hier anmerken Ich bin in der Lobby geblieben Ich hab's nicht gewechselt Die sind einfach gequittet Oh Gott, hat der mir mitgegeben Okay, dann versuchen wir mal Nein Unimpay Wurst, aber viele achten Oh mein Gott Wer geht mir so auf den Piss? Wer war denn so auf den Piss? du ein uhr und so weiter was war das jetzt für ein ja das eben gerade das war ja derbe also das war hoch 10 ok Nein 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 rein nein nein Nice中国 hat er gemacht läuft bei ihnen würde ich mal sagen Ja, das ist ein guter alter Haus, was weiß ich What the f*** Nice, da hat mich was blockiert Uli, sieh mich mal gerne verstecken Nicht verstecken, sondern campen Und ja Oh, es sollten ja auch sonst sein, aber irgendwie Ist das so eine Lobby Uli, das nicht mal Voll korrekt, wie dumm Mein Aim ist auch wieder krass am Start Alter, ich bin Hammerx Flash Scheiße Oh mein Gott, ey What the f*** Alter Ich muss hängen, Mama Natürlich Oh Mann Ich bin so Hammer schlecht, Alter Willst du mich verarschen Ist klar Hammerlack Oh mein Gott Ey, das ist zur Zeit immer so, wenn ich kriege die ganze Zeit Heatmarker Mit Semtex Außer in der einen Folge, da habe ich Eingekehrt mit dem Text Aber wir lachen wir es mal dabei Wie die spielen Alter Leute Voll krass Vielleicht werde ich das jetzt immer öfter machen, dass ich es zwei Runden dranhänge Weil das wird dann Bisschen länger ist das Video Und Und Das wollt ihr ja auch, oder? Wow Diesmal habe ich Ich habe nicht gewusst, dass da einer hockt, Leute Ich habe das nicht gewusst Alter Ich habe das nicht gewusst, dass da einer hockt, Leute Ich habe das nicht gewusst, dass da einer hockt, Leute Wtf Wie zur Hölle habe ich den anderen geholt? Egal Das war jetzt die zweite Runde Und Ja Ich hoffe Natürlich Das Video hat euch gefallen Gebt einen Daumen nach unten Und Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal